ARD Text im Auftrag von Funk 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 Hey! Hey! Hör hier rein! Bruder, was will denn die? Was will die denn? Ihr müsst mir ein bisschen helfen, Chat, okay? Und ihr könnt Subchat auch aufheben. Sie macht nix, Zebby, sie macht nix. Habt ihr Angst, wenn ihr so Spiele spielt? Seid mir ehrlich, eins in den Chat, wenn ihr Angst habt. Ich wollte nicht raus, ich wollte nicht raus. Okay, okay, Sub, 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 ich mach nix, ich hab gar nix, gar nix. Brot ist getribbelt. Ich hoffe, ihr habt euch in die Hosen gekackt. Ah, 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 ah gegangen ich weiß ja ach du scheiße wie sie will mich nicht in ruhe lassen lag sie mit kamera geht nicht sie will nur taufen ich habe keine ahnung wo ich hin muss ist das problem achso soll ich da lang rennen sie sieht aus wie diese karen von dennis uns video okay verpiss ich verpiss wajau ich schwore auf meine mutter gänsehaut an meinem beinhahn und 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 Wo musst du denn hin, Chat? Oh, wer liegt da? Oh, da geht es dir gut. Luca, Dankeschön für 3,50. Oh, ich bleibe in diesem Müllton. Das ist so langweilig, finde ich auch, Bruder. Dieses Spiel ist so ein Kackspiel, Digga, wirklich. Wir könnten jetzt Dings spielen, Digga, GTA. Wir könnten scheppern gehen, Digga. Ihr wollt einfach, dass ich diese Kacke hier spiele, Digga, wirklich. Was machst du denn? Was willst du denn von mir? Ja, ja. Fühl dich auf, hier schmackt, ladt YouTube hoch. Was willst du denn? Hey, okay, okay, Bruder, chill doch mal, Junge. Ich wollt nur mit dir reden, Digga. Bruder, Digga. Wollah, ich wollt nur mit der quatschen. Die schlägt mich einfach, Junge. Den Kehbona, Digga. Ich hab, ich hab, ich hab. Boah, Pushka mit 4,20. Ich kann leider die Donation nicht vorlesen, also den, was du dazu geschrieben hast. Weil ich grad hier in dem Game bin. Bei mir kann ich nicht switchen. Hab ich's geschafft? Bin ich richtig? Wollah, ich sag euch ehrlich. Jetzt geht die Art, das wär doch viel, viel krasser, Digga. Ein bisschen scheppern, ein bisschen läppern, ihr wisst schon. Ja, Junge, heul nicht, Junge. Kann mir mal jemand sagen, wo ich hingehen muss? Über das Tor, das funktioniert. Hey. Was ist los? Ich komm doch gar nicht drüber. Mach mal Abstimmung, Brian. Ich mach mal gucken, was die Leute sehen wollen, überhaupt. Oh, da ist Schwer-Schritte. Wie versteht's schon? Okay, hier war ich noch nicht. Ah, da ist die, da ist die. Da ist die Kerl. Bestimmt ab. Wollen wir ein bisschen Schäber gehen, oder wie? Aber diese GTA, diese Outlast, gell? Oder wer spielt sowas freiwillig? Ich versteh das nicht. Geht ja ein bisschen knall, knall. Was? Was willst du denn von mir, Digga? Singt die da die ganze Zeit rum? Hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch. Bisschen Schäber und Schäber, das kommt doch viel besser. Ich komm hier nicht mal weiter, das fuckt ab. Feuer. Über das Song, wie am Anfang. Über welches? Über das oder über das andere? Über das andere, dann geh ich jetzt hier über das andere. Oder kann ich damit interagieren? Ich kann. Ey! Verpiss dich, Junge! Oh mein Schwurf, Koran, lass mich! Ich hab gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts gemacht, gar nichts, gar nichts. Was will die denn von mir, Digga? Boah, Digga! Hast du dieses Game, Digga? Ich will doch nur von diesem Tor weg, Digga. Ey, ey, Wala, bitte! Geh in die Toilette rein! Ey! Hey! Why, yo, die ist da! Ich weiß nicht, was ich hält. Was tut mir leid? Ich werde mir geliefert. Ich mache dir einen Faden. Du bist nicht! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Du bist nicht! Du kannst gar nichts! Die anderen. Was ist weg? Jäger, Chat, ich fuck mich echt ab, Digga, du warst keinem Verband.